Ein neues Rätsel zu Ludwig van Beethoven Aus welcher Sinfonie stammt dieser Trauermarsch? Ganz am Ende der Sinfonie erinnert die Oboe noch einmal an das Thema des ersten Satzes. Ich versuche das mal wieder zu geben. Um welche Sinfonie Beethovens handelt es sich und wem hat er sie ursprünglich gewidmet? Viel Spaß! Ich versuche das mal wieder zu geben.